Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von DIRN 2. Ich freue mich schon drauf, habe mir eine neue Karre besorgt, eigentlich die aus dem letzten Part. Aber wir werden jetzt natürlich nach Marokko gehen und gucken uns mal an, was es da gibt. Jade Taylor. Wie wäre es mit einem höheren Schwierigkeitsgrad? Dann bekommst du mehr Geld, wenn du gewinnst. Schön und gut, aber wenn ich keine Ahnung habe, was da auf mich zukommt, dann... ...verliere ich ja jetzt alle Events, ist ja auch ein Blödsinn. Ne, ne Wagen. Mit einem Subaru, alles klar. Nächste Wagen, der Beste. Ist echt der Beste Wagen eigentlich. Okay, ich habe ein SMS bekommen. Anpassen, gibt es einfach. Oh, Lackierung. Red Line. Ich habe es noch nicht. Ne, ich bin beim Notieren. Buchen. 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 hier und auf die Stuttgart bleibt ich bin schneller jede Menge Amis ist noch klar Colin McRae Ja, hier Okay, Leute, bis gleich So, da sind wir wieder, Leute Ich freue mich drauf Marokko Ein Rallye ist das auch noch Oh, nee Also, nicht vergessen, Leute Ah, ihr habt geredet, scheiße Nicht vergessen, Leute Ich mache diese Pause nur, damit die Musik nicht abgespielt wird Weil sonst muss ich dann eh wieder Ja Übertönen mit meiner wunderschönen Stimme Und das nervt mich auch Deswegen auch bleiben muss ich hier Egal, es hat eine Sparnung Mein Gott, wir haben alle auf dem Weg 60 Schaf, rechts, links, halten, über Kuppe 40, fertig, über Kuppe, 40 Bittig, über Kuppe, leicht links Halt, da ist es hier Leicht links, in Kuppe, Sprung, 40 Oh Was ist denn da drin? Hörgeräusche, in Kuppe, mit links, Kuppe Fahrt links, vor ein Kasse Im mittel, rechts, rechts, links, halben, wieder Kuppe Im leicht rechts, auf Asphalt, Kuppe, lang Leicht links, lang Ich habe hier alles Der Fong ist so schnell unterbegst Hier ist das Hörgeräusche 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 Achtung, Bremsen, mit rechts auf Schotter Alter, bleib doch mal, Kappel 60, scharf rechts Achtung 60, scharf links, mach zu, nicht schneiden Das kann doch nicht wahr sein 60, mit links Der hinter mir holt mich gleich ein. 60, scharf rechts, nicht schneiden. 40, kehre links. 40, leicht links, nicht schneiden. 120, mittig. Mittel, rechts, auf Asphaltemkupe. Kade. Man, Alter, fahr doch mal, gerade, gerade, wahr sein. Oh Gott, das zählt noch. Eigentlich voll der Fail. Was? Hey, Patrick, immer noch besser als letzter. Alter. Ist das jetzt nur, weil ich am abgeböblichen Ende, oder? Weil ich einfach so schlecht gefahren bin. So, weil ich mich schlecht gefahren bin. Okay, Leute. Okay. Jetzt kann ich halt strecken, bist du. Mittel, rechts, über Kuppe. Mittel, links, Kuppe. Mittel, rechts, 60, links, halten, über Kuppe. Das ist halt noch viel besser, Leute, oder? Was ist das Schild mit dem Tentum? Für das letzte Mal. Fahr nochmal, fahr nochmal. Da ist er schon. Jo. Jetzt mal ganz ehrlich. Auf einmal fahr ich wie ein Strom. Wo man liegt, ey. Nichts an der Strecke, oder was ist hier los? Nichts an der Strecke, oder was ist hier los? Nichts an der Strecke, nichts an der Strecke, nichts an der Strecke, aber der hat dann kuppt. Das war auch mit dem. Das war mit dem. 120, mittig, rechts, berichtbar, mittel, rechts, mittel, rechts, auf Asphalt, Kuppe. Zusammen. Schnell links, lang, innen. Schnell rechts, lang, Oh, sich nicht nach hoch. Okay. Sorry, Leute. Das fast perfekte Rennen wird mir davon nochmal genommen. Verdammt nochmal. Und man, macht doch mal die Kameraperspektive nicht so beschissen. Der sieht man aus. So. Besser. Man, ich gehe besser da durch. Guck mal, 15 Sekunden schneller. Hammer. noch. 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 Sieg. Yeah, baby. Leider mit einer sofort wiederholung, das wollte ich nicht, Leute. Aber es hat mir gemacht. Obwohl, wie Sieg da, 1,2, Hammer, oder? Haft. Echt. Geile Musik. Haft. Haft. Leider können die nicht schon weit sprechen. Ja, wird man rennen wieder. Da haben wir wieder einen neuen Ort da rein. Oh, Mann. Das geht nicht so. Das sieht geil aus. Oh, Mann. Das sieht schon mal geil aus. angesagte Pflüschwürfe. Und Cash-Bonus. Oh, baby. Okay, bis gleich, Leute. So, da sind wir wieder. Gerade die Zaysay von Scars & Broadway. Ja, sehe ich genauso. Morocco. Geil. Ich habe erfahren, dass wir jederzeit nach Tokio gehen können. Was meinst du? Nachher. Nachher. Ich muss mal nach Korten mal wieder. Wieder ein Raid. Oh, leck mir am Arsch. Ich schaue voll von Raids. Was gibt's in London? Last Man Standing. Mach's doch mal. 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 Zurückgesetzt. Auch bei Totalschaden scheidet der Fahrer aus und die Uhr wird neu gestartet. Oh shit. Ich bleib bei Lässig, Leute. Wieder was Neues. Ich will mich nicht rausreden, wirklich. Aber wenn das was Neues ist, bin ich wirklich... Kein Risiko eingehen. Mit einem Glibermuss. So, wenn eine Werbung kommt, gerade. So, Will King. Und Hecky Hentula. Das wird Hecky gesprochen, Leute, weil wegen Hecky-Kong-Walter auf der Formel 1. Formel 1. Das ist mein Metier. Ich will euch irgendwann mal Formel 1 anspielen. Den neuesten Teil. 2011. Wir haben schon 2012, aber egal. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Ach, scheiße, warum lasst es laufen, Leute? Obwohl, könnt ihr euch mal kurz die Tatschistik ansehen. So sieht es eh nicht laut. Umweltaktivist. Da gibt es jede Menge Achievements, die man erreichen kann. Jede Menge Aufträge. Erfolge. Krass. Schon geil. Dirt Tour. Podiumsplätze. 6. Wir haben aber bei einem Rennen halt gefällt, ne? Wisst ihr ja. Blüftkühl. Da gibt es aber irgendwo einen Weg auf zu Rädern oder so. Blüftkühl, Blüftkühl, Blüftkühl. Es ist zwar eine scheiß Arbeit für mich, das war alles nachher wieder zusammenzuschneiden, aber... Verzorgung, ne? Boah. So. Ich bin kurz gestreckt. Hehehe. So. Jetzt bei Nacht. Last Man's Dance. Einfach mal ein Pop Evil und dann Last Man's Dance. Das ist geil. Ja, Frog steht. Hard Rock. Marco Trilo. Boah, das ist außerhalb, ich habe irgendeinen Pound. Hey. Ich bin bei Columna Gray Rallye 4 oder was weiß ich. Das Auto habe ich drauf gesehen. Das war aber immer bevor ich der da. Oh, oh, oh. Das haben wir schon. Boah, und wie das leckt. Wie das leckt. Das ist ja nicht krass. Ich bin schreckt. Okay, das bestimmt. Der Markt kommt hier. Oh, geil kann ich das. Oh Gott. Wenn du loskommst, kannst du die Läte da regnet. Oh, so. Ich letze aber funktioniert. Das ist wichtig. Wenn ich auch nicht schwecken kann... ...dann was ich nicht. Was ist das? Der ist mir aber genau gestreckt. So Let's play wieder So 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 Mit So Ernsthaft So 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 Scheiße Ich hab zu spät reagiert Was? Mach doch die Kamera auf! Das ist okay. Boah, das war perfekt genug. Alter, mit dem Kopf. Vorne bleiben. Vorne bleiben. Die Körbe. Mauern. Wir gehen. Maxi King. Oh shit. Da fällt gleich zu. Okay. Todescheiße, genau. Das ist kein Ding. Kein Ding. Wir sind ja noch die durchfahren. Vorhin ist es gelaufen. Nein. Oh verdammt. Und welcher Radschaden. Schaden hab ich so oder so. Vorne bleiben. Vorne bleiben. Noch noch einer übrig. Yes. Geschafft. Wir wollen nur noch ein Ziel. EGAL! Ich hab gewonnen, Alter! Ja! Obwohl ich vielleicht nen Radschaden hatte. Ihr habt's gesehen. Ich bin mir erst ein bisschen nach rechts. Boah! Nach rechts! Gelenk hat er so ein bisschen. Hey Patrick! Was für ein schöner Erfolg! Ja. Du hast verloren, Alter. Und bin ich mir. Also freust du, dass ich einen schönen Erfolg hatte? Ja, das ist Sportgeist. Ja, Mann! Aber so viel gefahren bin ich wirklich. Aber es hat sich nur jetzt kämpft. Ja, Mann! Was ist da mal? Was ist da mal? Meine Lackierung. Holy Raceschaden! Haha! Glück nochmal! Glück nochmal! Geil! Aber Leute! Bis gleich! So und weiter geht's im Text! Wow, was ist hier los? Du warst klasse im letzten Event! Sieht aus wie ein Rettenthal gegangen. Er hat gleich so ein Rikan auf dem Boden ausgeprich. Yo, was ist da so hell hier drin? Schau dir die neuen Events an! Du machst ganz schön von dir reden! Ey Junge, ich muss erst mal die anderen Events schaffen! Oh, wie der immer... ...bleht also! X-Men! Level 8! Level 7, ne? Oh, bock! Alles Rallys, ne? Was ist das denn? Landrush! Landrush! Steht Rally da? Oh, ich rede! Oh, Nila bergab! Oh, du Scheiße! Ranked! Ne, dann würde ich sagen Leute, beende ich die Party an dieser Stelle! Und dann sehen wir uns zum nächsten Park wieder bei Colin McRae Dirt 2! Bis dann! Und Ciao!